Oh, baby! Ja, komm, gib's mir! Ja, tiefer! Ah, ja! Ja, du bist so dumm! Nein, nein, das, ähm, ne? Hat keiner gehört, hat keiner gesehen, hat, äh, du schneid dich aus. Auf jeden Fall nicht. So. Damit hätten wir die zweite Aufgabe schon mal toll gelöst, ne? Das Fußball-Game wird gut sein, aber nicht so gut als ein Wrestling-Match. Ah, ha, 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 ja. Zwar sehr lustig, ja. Ich hab mich kaputt gelacht, wie es gerade gehört habt. Das ist ja unglaublich. So. Äh, das ist, glaub ich, all-genäne, den haben wir schon für unser Büschlein. Hallo! Oh ja, jetzt, dann verbessern wir mal Limonade, ne? Geht zur Turnhalle der Schule. Aber natürlich. Verpiss dich. Ich hab zu tun. So. Ähm, ja. Gut. Halte Taste, Entschuldigung. War absin. Alles wird eingeplant. Weil ich's kann. Tschüssi. Natürlich hab ich's drauf. Sogar noch mehr als ihr Spaß. Ha, ha. Oh yeah. Oh, Baby. Ja, komm. Oh, Jimmy, du hast das ja so drauf. Ne, eigentlich hab ich's da drauf. Ich lenke dich. Ha. So. Verbessern wir mal ein bisschen die Limonade. Dann schmeckt's richtig gut. Ich weiß zwar nicht wie, aber, naja. Verlasse die Turnhalle. Joa, nochmal ganz kurz hier gucken. Ach ne, das Kommilband hier hat dich ja schon aufgerufen. Da, äh, brauchen wir eine Mail. Wiedersehen. Da ist ein Ruhm, dass jemand das Spiel aufhören wird. Das ist zu viel für mich. Yuck. Wie, dick. Yuck. Das ist, wie, total grody. Noob. Ha, 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 ha. Rede mit dem Agenten-Erstreber. Joa. Ey, du hast doch grad noch gekotzt, oder? Was ist denn? Halt die Schnauze, du Penner. Hallo. Was ist denn? Voll gewartet, ich hier. Oh, oh. Ne, ne, hm. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Hier, helf mir mal. Ha, 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 ha. Das ist bis auf Arsch. Ha, 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 ha. Noob. Na, du Dödel. Deine Reise, junger Jimmy. Es ist gefährlich, aber die Rewards sind glücklich. Kutze die Scheiße, Melvin. Es war irgendwie lustig die ersten 20 Mal, aber es ist jetzt sehr alt. Skattere sie über das Fußballfeld. Ah, gut. So, wieder die Murmeln aus. Okay, habe ich. Einmal. Und Nummer 2. Ja, jetzt falle ich auch selber hin. Wunderbar. Und Nummer 3. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da hinten noch irgendwas war. Deshalb werde ich da noch mal ganz kurz gucken gehen, bevor ich jetzt weiterlaufe. Ach, nur ein Appel. Ein vergammelter Appel. Na gut, 2. Aua. Das ist doch toll. Alter, liegt hier sonst gar nix. Tatsächlich. Nix. Was ein Saftladen. So eine Scheiße. Ich dachte, ich finde hier noch was schönes, irgendwie ein Gummibändchen oder eine Karte, aber nö. Da war ich leider ein bisschen falsch. Na ja. Ist egal. Wir nehmen das einfach so hin. Und ich habe ein kleines Problem. Ich habe nix mehr zu trinken. Und nein. Hey Jimmy. Hi. Ich weiß. Ja, ich weiß. Es zeigt auf meine Figur, nicht wahr? Aber genug über mich. Ich will nicht mit diesen Schocken messen. Ja. Ja. Das ist die Schockenbox auf dem Spielfeld. Geh zu da und es geht. Das klingt leicht. Was wird das tun? Es wird den Text auf dem Spielfeld verändern. Ich habe es reingekommen. Du magst es. Die Schocken nicht. Ja. Der Ding ist noch da. Er steht da noch. Gut. Weil ich glaube, den brauche ich noch für das Dingsbuch. Ähm. Hier du Typi. Hallo. Hey. Warte mal stehen. Hallo. Warte mal stehen. Bist du blöd oder was? Cornelius. Ha. Ich habe es doch gewusst. Dass ich den noch gebraucht habe. Ja. Ich bin. Haha. Ich bin. Bin der. The best. Hier. Auf die ganze Weisheit. Ne. Das war mir total. Hat sich komisch angehört. Naja. Egal. Ist. Ne. Ist egal. Oh. Freaky zockt Portal 2. Das ist. Unglaublich. Ja. Komm. Ähm. Chip. Links. Ich möchte gerne einen Tanz aufführen. Aber irgendwie. Ach jetzt. Ja. Oh ja. Oh komm. Ich kann so tanzen. Oh ja. Oh ja. Komm. Ja. Tschüss. Oh ja. Tschüss. Man sieht sich. So. Was steht hier? Äh. Go get them guys. Also. Los Leute. Besiegt sie. So. Und jetzt ändern wir mal ein bisschen den Text. Weil wir es können. Jocks spielen mit ihren Ballen. Schön. Das ist toll. Wer ist das, Kim? Ja. Wer ist das, Kim? Ja. Es ist der kleine Schwirt Hopkins. Ja. Der Schwirt Hopkins. Ja. Du bist tot, Hopkins. Ja. Tot, Hopkins. Wieso stoppen alles, was er sagt. Und geht weiter mit ihm. So. Damit kommt jetzt der Kampf gegen die Jocks. Babe. Da geht der Zwölf noch aus. Jetzt nehmen wir auf und rüft die Jocks ab. Ähm. Okay. Dann machen wir das mal. Weil wir es können. Ähm. Das sind Gott sei Dank diese, äh, besonderen Football, äh, Foot-Bälle. Ähm. Hallo. Ah ja. Ha. Noob kann nicht helfen. Ha 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 ha. Jo jo. Du musst mich überraschen, bevor du zu Tad kommst. Du. Du bist vorbei. Ach so. Scheiße. Ich habe keine anderen Waffen. Was willst du? Komm. Ich haue dich mal eben zu Klump. Danke. Oh. Gleich ein bisschen beschwert. Ähm. Beschert. Nicht beschwert. Unglaublich gutes Deutsch, was ich heute wieder habe. Ja, ja. Halt die Schnauze. Ich bin dabei. Ja, ja. Sie zu, nicht mehr. Go, go, go. Hehehehe. Voll in den Ball reingelaufen. Was'n Kack, Boon. So. Ja, haben wir jetzt einfach mehr? Da war eine Runde müsste dann noch kommen. Pena ist gut. die kapitel 7 kapitel ist gesagt da ja jetzt er komme her aber sicher so kommen wir machen hier schon mal weiter und zack ist der tod er ist tot er wurde nicht direkt tot aber halt so gedienst was hatten jetzt ja ja irgendeinen spart musst du hier mal stören dankeschön schulsch auf hat genug already jimmy take out the captain to take out the team ich habe vorgewaltig wie einschlag ja ich bin die karte Oh, you beat'em all in front of everybody! Thanks for your help, Petey. Oh, this is gonna be great. What the fuck? So here I am, suddenly the king of the school. I never meant for things to turn out this way. I just wanted to control a couple of psycho kids and be left alone. But now I guess I'm certainly going to live the good life. Ja. Kapitel 5. Aufstieg und Fall des jungen Jimmy Hopkins. Oh, baby! Das letzte Kapitel des Awakens. I love that guy. Let's roll. Pete! Pete! Pete!